Oh mein Gott, Freunde, Fortnite hat gerade eben ein Trailer rausgeladen, der heißt Reboot a Player, Get Free Rewards. Und wir werden uns gemeinsam den anschauen und ich werde euch erklären, wie ihr durchs Wiederbelegen von Teammates jetzt richtig krasse Items wie eine neue Tarnung bekommen könnt und so weiter. Lasst uns zusammen auf den Trailer reagieren und dann erkläre ich euch das alles in unter drei Minuten. Und Leute, falls ihr auf jeden Fall neu seid, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Freunde, jeden Tag jetzt um 10.15 Uhr, solange Ferien sind. Ein neues Video hier auf meinem Kanal, avis, Freunde. Und jetzt viel Spaß mit der Reaktion auf den Trailer und den Trailer an sich. Schnell, like jetzt sofort und abonniere diesen Kanal und schau das Video bis zum Ende hin. Ansonsten wird diese große Spinne morgen früh auf deiner Toilette sein und auf dich warten. Ach ja, und ganz kurz bevor das Video losgeht, Freunde. Ich habe mir aus Versehen auf diesen Account hier 7500 V-Bucks aufgeladen. Und das ist jetzt nicht der Account, worauf ich normalerweise zocke. Und falls ihr das Video bis zum Ende anschaut, werdet ihr drei Buchstaben im Video drin finden. Kommentiert diese drei Buchstaben plus euren Epic-Namen in die Kommentare und ich werde... Okay, Freunde, wir gehen jetzt hier auf den Trailer Reboot a Friend in Unlocked Rewards. Und dann werde ich euch alles erklären zu diesem Event hier. Also wiederbelebe einen Freund und bekomme kostenlose Rewards, also Belohnungen. Also, entweite deine Freunde. Das ist wahrscheinlich ein Squad. Ihr könnt es wahrscheinlich nur mit den gleichen Leuten machen, die euch entweitet haben, dass ihr sozusagen eine Gruppe seid. Okay, Leute, kranke Sachen, kranke, kranke Spitzhacken sehe ich hier. So eine Karottenspitzhacken war das, glaube ich, Freunde, wenn ich das hier richtig sehe. Und zwar gab es die jetzt einmal hier im Blau. Ich würde auf diesen Account hier adden, mit euch zocken und etwas aus dem Itemshop schenken. Also, falls ihr etwas abendet wollt, dann schaut das Video bis zum Ende, merkt euch die drei Buchstaben und kommentiert diese mit euren Epic-Namen. Und einmal hier in Rot. Okay, lasst mir einfach mal wieder weiterlaufen. Musik auf jeden Fall mega nice. Machen wir mal lauter, Leute. Let's go. Wir haben mal in Ingame Rewards. Okay. Puh. Hat sie diese Tarnung gesehen, Leute? So wie ein mäßiges Lebenszeichen. Okay. Ein Spray. Das könnte auch selten werden. Leute, alles, was aus diesem Event ist, wird auf jeden Fall, denke ich, mal relativ selten. Okay, Hängelgleiter, Freunde. Mega krass. Das ist so ein platter Hängelgleiter mäßig. Finde ich nice, Leute. Damit könnte man auf jeden Fall auch nice dampfen und so. Okay, bisher ist auf jeden Fall kostlose Items. Mega krass. Und da sind auf jeden Fall hier nochmal alle Items im Überblick. Also, wir haben hier eine kostlose Tarnung hier auf der Skardorf mit so einem Lebenszeichen. Nicht schlecht. Wir haben hier ein Spray. Einen richtig, richtig kranken, goldschwarzen Hängelgleiter, Freunde. So einen Batman-mäßigen. Und das Favorite von mir, anscheinend mit fünf Zielen, Freunde. Eine Karottenspitzhacke. Und das ist auf jeden Fall das, was uns jetzt hier erwarten wird, oder was? Und ich werde euch jetzt sofort alles erklären, natürlich dazu. Und ich bin auf jeden Fall mega Hype, Freunde. Okay, Freunde. Wir sind jetzt hier direkt auf der Seite von Fortnite. Wie ihr es auch sehen könnt. Und das hier ist die offizielle Seite, wo wir uns die vier Rewards freispielen können. Den Hängelgleiter, die Spitzhacke, die extrem krass ist und die Farbe wechseln kann. Die Tarnung und das Spray, Freunde. Und wir gucken uns das gemeinsam an. Reaktiviere einen Freund. Einladen, spielen, Preise erhalten. Willkommen. Bringe dein Team wieder zurück. Schalte kostenlose Belohnungen frei, indem du Freunde reaktivierst. Wir gehen auf, lege los. Okay, Freunde. Jetzt müssen wir uns hier anmelden. Also das Gleiche könnt ihr natürlich auch auf Handy machen. Und natürlich auch am PC. Überall. Wie gesagt, meldet euch dann einfach hier bei Epic Games an. Und dann geht es auch direkt los. Ich mache das jetzt und wir sehen uns dann wieder. Zwei Stunden später. Okay, Freunde. Ich habe mich jetzt gerade eben hier auf meinen Fortnite-Account eingemeldet. Und ich habe jetzt hier diese Seite. Hier könnt ihr reaktivieren, reaktivieren und reaktivieren. Und wir gucken uns gleich an, wie das Ganze funktioniert. Bereit zur Reaktivierung? Lade bis zu drei teilnehmende Freunde ein. Spielt zusammen Matches und schaltet Belohnungen frei. 19 Tage verbleiben. Leute, das Ganze funktioniert also nur 19 Tage seit dem 6.4. Also vor zwei Stunden kam der Trailer raus. Und wir gucken mal, was das hier ist. Reaktivieren. Erstes Match-Bonus. Erhalte 100 Punkte für das erste Match mit deinem Freund. Nochmal und nochmal, Freunde. Also wir können drei Freunde hier in unser Squad sozusagen reinholen, damit wir ein Squad sind. Und die müssen wir uns dann wahrscheinlich auch in das Spiel reinholen. Reaktivieren und spielen. Erhalte 100 Bonuspunkte für das erste Match mit einem reaktivierten Freund. Das bedeutet, im ersten Match, wo wir einen Freund wieder zum Leben bewegnen, seine Karte holen und mein Reboot werden, kriegen wir 100 Punkte für das erste Match, das wir spielen. Weitere 10 Punkte kriegen wir jedes Mal, wenn wir einen aus unseren drei Teammates, die wir jetzt hier hinzufügen werden, immer wieder hochholen. Das bedeutet, wir kriegen immer wieder hier 10 Punkte. Das heißt, bei 10 Wiederbelebungen haben wir dann auch nochmal 100 Punkte. Hier seht ihr auch nochmal die ganzen Belohnungen. Bei 100 Punkten, also direkt nach der ersten Wiederbelebung mit einem Mate von euch, bekommt ihr diese Spray, Freunde, was wir auch schon im Trailer gesehen haben. Die Lackierung, Herzrhythmus, kriegt ihr auch schon bei 200 Punkten. Und ja, Leute, das ist auf jeden Fall mega leicht eigentlich zu bekommen, wenn ich das hier richtig sehe. Den Hängegleiter, den kriegen wir bei 300 Punkten, Freunde, den Giftstoß-Hängegleiter. Den haben wir natürlich auch im Trailer gesehen, der auch gerade hier eingeblendet ist. Und die Spitzhack und damit das krasseste, wo hier vorne so eine Karotte oder so drauf ist. Plasma-Karotte bei 400 Punkten, Freunde. Und hier steht auf, wie viele Punkte wir immer brauchen für die nächste Belohnung. Zuletzt aktualisiert für ein paar Sekunden, Freunde. Es könnte sein, dass die Punkte jetzt auch hochgehen werden. Desto mehr Leute zocken, desto höher werden vielleicht die Punkte. Und dadurch könnte das Ganze auch vielleicht zu einem OG-Item werden. Bereit zur Reaktivierung? Wir drücken jetzt hier auf Reaktivieren und schauen mal, was hier passiert, Freunde. Und hier können wir dann, okay, ich sehe schon, hier können wir dann aus unserer Freundschaftsliste Leute hier reaktivieren, also zu unserem Squad hinzufügen. Falls du das Ganze also machen möchtest, suche dir auf jeden Fall einen Freund raus oder drei Freunde, mit denen du einfach mal einen Tag durchzockst. Und dann hast du auf jeden Fall diese mega geilen Belohnung. Falls euch das Video gefallen hat, Freunde, und ihr euch das Ganze macht, dann markiert jetzt schon mal und teilt das Video so schnell es geht an eure Freunde. Leute einfach auf Teilen unten drücken und dann eure Freunde über WhatsApp oder sonst wo schicken, damit ihr das gemeinsam hier zocken könnt und dass er darauf antwortet. Außerdem, Leute, könnt ihr links meinen Kanal abonnieren und daher weitere Videos sind auch eingeblendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, morgen um 10.15 Uhr auf meinem Kanal. Abwies.